Wolfgang Beck, Fachgruppenobmann der Seilbahnen, die Skispaßjagd Vorarlberg. Was ist das genau? Das ist eine Aktion, die von unserer Agentur IKB kreiert wurde, die wir nun jetzt gemeinsam umsetzen. Es geht im Wesentlichen darum, dass in ganz Vorarlberg, in Ballungszentren, hauptsächlich Gutscheine versteckt werden, an verschiedenen Plätzen, die hoffentlich stark frequentiert sind. Gutscheine für Tageskarten, für Saisonkarten, aber auch für andere Leistungen, die Skigebiete da zur Verfügung gestellt haben. Wenn man einen solchen Gutschein findet, wird ein Selfie erstellt, mit diesem Gutschein abgebildet, dann die entsprechenden Daten angegeben, eingeschickt, Adresse, wo man es gefunden hat und so weiter. Und erhält dann von der Wirtschaftskammer den echten Gutschein, um diese Leistungen eben dann auch in Anspruch nehmen zu können. Wir halten es für eine sehr originelle Aktion und sind selber schon sehr gespannt, wie sich das jetzt heuer auswirken wird. Wir sind da sehr optimistisch. Die Aktion startet bereits morgen. Als ersten Schritt werden jetzt einmal 40 solche Gutscheine schon versteckt sein in Vorarlberg. Was erwartet man sich von der Aktion? Schlicht und einfach Interesse zu wecken, Neugier zu wecken, Leute natürlich letztlich dann eben in diese Skigebiete zu bringen und ihnen wieder den Skisport näher zu bringen, falls das nicht der Fall ist. Und solche Aktionen mit diesen Leistungen tragen sicher dazu bei.